Guten Abend, grüßt euch, heute gibt es keine Statistiken. Erstmal ohne Statistiken, schönen guten Tag an alle und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Union Berlin und wie immer zuallererst das Wort an die Gäste, Baba Kianfa, gerne an dich. Erstmal hallo hier in die Runde, ich glaube es war das erwartet schwere Spiel heute für uns, wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt gestanden, sehr tief gestanden, wollten im Verbund erstmal verhindern, dass Leipzig zu Torschancen kommt, dass wir die Räume eng halten, dass wir in Zweikämpfe reinkommen, dass wir ein gutes Gefühl hier bekommen, erstmal das Tor verteidigen zu können, dass wir als Mannschaft das auch wirklich gut hinbekommen haben, wenig Torschancen zuzulassen. Was uns ein bisschen gefehlt hat, war dann nach den Balleroberungen ein bisschen mutiger zu sein, auch vielleicht in ein paar Momenten etwas höher anzulaufen, eine Möglichkeit zu bekommen, dann etwas näher am Leipziger Tor, Torschancen zu kreieren und Balleroberungen zu ziehen. Und das ist uns dann aber in der zweiten Halbzeit deutlich besser gelungen. Wir waren mutiger, wir haben höher attackiert. Wir haben auch nach den Ballgewinnen, auch mit den Einwechslungen, mehr Qualität auch nach vorne entwickeln können, daraus auch einige Standardsituationen erzwungen, auch aus den Standardsituationen ein paar sehr gute Torschancen gehabt, trotzdem natürlich auch über 90 Minuten versucht, die Leipziger zu kontrollieren mit der Qualität, die sie haben, individuell, aber auch als Mannschaft. Wir haben dann auch bei der Elfmetersituation gesehen, dass wenn wir es einmal nicht schaffen, kompakt zu agieren, wenn Stürmer dann vorne anlaufen, die Abwehrspieler dann aber eher ein bisschen tiefer stehen, dass dann größere Räume entstehen und Leipzig das dann auch direkt so nutzen kann. Aber trotzdem, alles in allem glaube ich, dass wir hier als Mannschaft die Situation auch mit der Erkrankung von Bo dann auch sehr, sehr gut angenommen haben, die Jungs innerhalb der Gruppe sehr viel Verantwortung übernommen haben, eine große Leidenschaft, eine große Emotionalität da reingebracht haben und wir das hier im Verbund uns einen Punkt dann erkämpft haben. Und damit sind wir alle sehr zufrieden. Vielen Dank, Babak. Und dann gerne das Wort an dich, Marco. Ja, als erstes Gruß nach Hause an Bo. Dem habe ich gerade gefragt, das tatsächlich nicht so gut zu gehen scheint. Wenn er nicht dabei ist, muss es wohl so sein. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und gesund wird. Wir haben noch zusammengespielt in Mainz, guter Freund von mir. Ich melde mich dann auch persönlich nochmal bei ihm. Ansonsten glaube ich, dass Union sich diesen Punkt redlich verdient hat, über sehr konsequentes, kompaktes, laufintensives Abwehrverhalten. Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig Tiefe in unserem Spiel gehabt. Wir haben das Spiel kontrolliert. Wir waren dominant, aber wir haben zu wenig dann auch die Räume gefunden, in denen es dann tatsächlich interessant und gefährlich wird. Das ist nicht einfach, gegen so einen tiefstehenden Gegner eine Balance zu finden. Es ist ja auch klar, auf was sie setzen, auf Umschalten in erster Linie, zwischen Risiko und dann auch Restverteidigung. Wir wollten das zweite Halbzeit ein Stück weit besser machen. Hätten mit dem Elfmeter natürlich das Spiel öffnen können, für uns auch. Ein Tor, ein Ball, der mal durchrutscht, eine Situation, das macht das Spiel dann auch komplett anders natürlich. Haben wir nicht genutzt, den Elfmeter. Und am Ende müssen wir dann mit dem Punkt einfach auch leben. Wir haben außen im Spiel gar nichts zugelassen. Wir haben nach Standardsituationen ein-, zweimal Piet gebraucht. Das war der Union dann, glaube ich, auch richtig gut. Am Ende haben wir zu Null gespielt. Das ist sehr positiv, zum zweiten Mal diese Saison. Auch das ist wichtig für uns und unsere Entwicklung. Aber wir waren heute insgesamt nicht zwingend genug, um uns den Sieg auch dann wirklich zu verdienen. Und daran müssen wir natürlich und wollen wir natürlich dann auch arbeiten. Danke. Vielen Dank, Marco. Dann ist jetzt Zeit für Ihre Fragen. Genau, Handzeichen. Und der erste war hier vorne, gleich in der zweiten Reihe. Matthias Korosselin, Baba, können Sie kurz sagen, wie jetzt die Abläufe waren mit Bo? Wann sich entschieden hat, dass er nicht kommen kann? Und wann Sie nochmal das letzte Mal mit ihm sprechen konnten? Und dann die Überlegungen, die dazu geführt haben, dass Jordan als Stoßstürmer, als Kopfballstarker erstmal untenbleiben und Sie mit drei kleineren da vorne hantieren? Ja, den letzten Kontakt zu Bo hatte ich heute Mittag im Hotel. Da hat er mir letztendlich nochmal mitgeteilt, es war circa 13 Uhr, dass er es nicht schaffen wird heute, dass er unserem Trainerteam sozusagen einen kompletten Lead übergibt. Und das war auch das letzte Mal, dass wir zu ihm Kontakt hatten. Die Überlegung, mit Tim Skarke vorne zu spielen, war ganz einfach, dass wir uns da einfach versprochen haben, aus den Balleroberungen schneller in die Tiefe zu kommen mit einem tiefen Sprinter. Der Jordi ist ein Spielertyp, der gerne entgegenkommt, die Bälle gut klemmt. Und wir wollten einfach schneller das Pressing überspielen, schneller hinter die Kette von Leipzig kommen. Und da hatte der Tim uns auch schon im Testspiel gegen Braunschweig und auch dann in der Trainingswoche gezeigt, dass er uns das angeboten, dass er da immer wieder lauert, dass er immer wieder gut hinter die Kette arbeitet und sich da gut durchsetzen kann. Leider haben wir es dann in der ersten Halbzeit nicht geschafft, dann solche Momente zu kreieren, aber das war die ganze Überlegung an der Sache. Gibt es weitere Fragen? Dann gerne hier hinten. Janus Klimburg vom Kicker, hallo. Babak, eine Frage an dich. Wie bewertest du die Leistung von Jorbe Vertessen? Durch seine Reinnahme kam ja nochmal ordentlich Schwung rein. Ja, Jorbe hat es super angenommen. Ist auch ein Spieler, der natürlich die Erwartungshaltung hat, von Anfang an zu spielen. Hat super weggesteckt. Hat für das Team gearbeitet, als er reinkam. Hatte sehr gute Offensivaktionen. Hat das Spiel nochmal belebt. Und so, wie wir es heute im Verbund, aber auch als Mannschaft gelöst haben, da war Jorbe natürlich einer von vielen, die im Dienst der Mannschaft agiert haben und da eine gute Leistung geboten haben. Dann hier hinten einmal, genau. Hallo Herr Kai Hanfer, Entschuldigung. Drei Spiele, nicht verloren, fünf Punkte. Was ist das aus Ihrer Sicht für ein Start für Union Berlin? Es ist erstmal punktetechnisch ein guter Start. Ich glaube, dass es immer darum geht, gut aus den Löchern zu kommen, gut zu starten, genug Punkte dann auch auf dem Konto zu haben. Aber wir beurteilen natürlich auch die Leistung. Und waren vor zwei Wochen gegen St. Pauli mit dem Saisonsieg, klar, mit den Punkten zufrieden, mit der Leistung weniger. Heute sind wir mit dem Punkt und mit der Leistung sehr zufrieden. Okay, dann nochmal wie vorne der Kollege. Baba, ich habe noch eine Frage. Wie war das jetzt für Sie eigentlich heute? Wie haben Sie es erlebt? Vielleicht können Sie da ein bisschen aus Ihrem Innenleben uns teilhaben lassen. Und eine Frage zu Frederik Grönow, das zweite Mal zu Null in Folge. Wusste er, wo er hinschießt? Vielleicht können Sie auch zu seiner Leistung bitte was sagen. Ja, es war natürlich ein Stück weit für mich eine andere Rolle. Vom Bo die Hauptverantwortung übertragen zu bekommen, dann auch vorne an der Linie zu stehen und letztendlich hauptverantwortlich zu sein. Aber es war trotzdem, dass wir es im Trainerteam gemeinsam gelöst haben, mit dem Team zusammen gemeinsam gelöst haben. Und da auch vom Team heraus auch schon genug Erfahrung wirklich in dieser Truppe steckt, um auch gerade in solchen Situationen zu wissen, was zu tun ist. Und da kann man einfach dem gesamten Team plus da ein großes Kompliment nur aussprechen. Freddy, dass Freddy ein starker Rückhalt ist für uns, das ist unbestritten. dass man in so einem Spiel auswärts in Leipzig einen richtig guten Torhüter braucht, der den einen oder anderen unhaltbaren dann auch hält. Das gehört dann dazu, wenn man es hier erfolgreich gestalten will. Und da hat Freddy dann natürlich auch einen großen Anteil dazu beigetragen. Hi, this is John Jackson. One point today at home. You have another game against Atletico Madrid. Any thoughts towards the game? Any thoughts about the game? Yeah, towards the game. Champions League. We are looking forward to play that game. It's different Champions League constellations. We play Thursday, it's new for everyone. We play away, four teams away, four teams home. Tough opponents we are going to face. But again, we are looking forward. Atletico at home. It's really, really difficult. I think so. Maybe we find some aspects of the game today there as well. 5-3-2, 5-2-3. So we can learn from this game and do it much better next Thursday. Okay. Okay, Doppelmeldung. Dann gerne erst hinten und dann vorne. Steffen Rohr vom Kickerfrage an Marco Rose. Gerd Dröder hat noch nicht so oft mit der Mannschaft trainiert. Heute gestartet. Wie viel von dem, was Sie von ihm erwarten, hat er schon gebracht? Und was kann er der Mannschaft auf Strecke geben? Ja, also ist ja auch speziell. Vermehren kam, glaube ich, einen Tag vor der Ländespielpause oder zwei oder drei, weiß ich nicht, war dann beim ersten Spiel schon kurz dabei. Gerd Dröder kam mit der Ländespielpause mehr oder weniger. Das bedeutet, wir integrieren jetzt gerade auch noch neue Spieler, Automatismen. Aber ich finde, er hat es ordentlich gemacht. Also man sieht einfach, dass er die nötige Erfahrung hat, auch die nötige Klasse. Ich habe ein paar gute Zweikämpfe gesehen. Er spielt einen ganz ruhigen Ball. Also er ist heute weder in die eine noch in die andere Richtung sonderlich aufgefallen. Und das ist für einen Innenverteidiger das, was er heute gespielt hat, dann glaube ich schon auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn er unser Spiel doch mehr verinnerlicht, wenn Arthur dazukommt, die Konkurrenzsituation sich insgesamt verschärft, wir weiter arbeiten, dann glaube ich, können wir da einen absoluten Mehrwert rausziehen. Würde ich gleich anknüpfen. Was war am Ende der entscheidende Punkt, dass Bijabu nach dem starken Spiel dann trotzdem nicht gespielt hat und Gerd Dröder? Und warum kam Niki Seiweit gar nicht zum Einsatz? Hat er irgendwelche Blessuren von der Nationalmannschaft mitgebracht? Ja, also ich meine, wir haben ja gute Leistungen heute auch gesehen von Spielern. Jetzt reden wir über Gerd Dröder. Und die Frage suggeriert so ein bisschen jetzt, weil wir tolle Sechser haben. Und Kevin Kampel, glaube ich, in einer hervorragenden Form ist. Amadou Haidara wahrscheinlich in noch besserer Verfassung war vor seinem Knockout in Leverkusen. Er hat eine Top-Vorbereitung gespielt, beide komplett mit uns. Niki hat es sehr, sehr gut gemacht, als er reingekommen ist. Und wir haben einen 19-jährigen Jungspieler aus Madrid geholt, der keine Minute bei der Nationalmannschaft gespielt hat. Niki hat zweimal viel gespielt und es ist auch Teil meines Jobs. Ich muss die Jungs halt integrieren und ich habe keine Vorbereitungsspiele. Ich kann so einen 19-jährigen Spieler nicht von Atletico Madrid hierher holen, belgischen Nationalspieler, ihm sagen, dass er sich hier weiterentwickeln soll und kann und ihm dann nicht die Chance geben, sich nicht zu zeigen. Also dann hätte er auch bei Atletico Madrid bleiben können. Niki viel gespielt, er wenig gespielt, ein guter Junge. Wir werden viele Spiele haben, wo wir jeden brauchen. Das weiß der Kader. Wir werden auch Niki Seiwald brauchen, weil er nach wie vor, finde ich, immer wieder sehr verlässlich ist, wenn er in Situationen, und er musste das jetzt schon oft nach 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten reinkommen, schon gute Spiele für uns gemacht hat. Das sagt der Trainer übrigens immer, außenrum sehen das nicht immer alle so. Und bei Tschat, mit dem habe ich heute Mittag noch geredet, habe ich ihm nochmal gesagt, dass er sich, glaube ich, in der Mannschaft, beim Trainerteam ein großartiges Standing erarbeitet hat, dass er nachgewiesen hat, dass er zu Recht hier bei uns spielt, ein tolles Spiel gemacht hat in Leverkusen. Er hat trotzdem noch ein, zwei Themen als junger Spieler. Das bedeutet, wir haben es gehört, der Matchplan von Union, den wir ja vorher auch so ein bisschen versucht haben zu antizipieren, war schnelles Umschalten. Kloschi als zentraler Innenverteidiger haben wir heute gesehen, wie viele Bälle er gut abgelaufen hat. Tschat ist dann schon einer, der einen super linken Fuß hat, aber wenn er sich drehen muss, wenn er ins Tempo kommen muss, dann auch ein bisschen Brauch. Wir haben heute eigentlich Jordan vorne erwartet als Zielspieler. Tschat hat schon noch Themen, auch im Kopfballspiel. Also wir haben uns schon Gedanken gemacht, wir haben uns gut an den Spielern kommuniziert und auch Tschat wird natürlich in der Zeit, wo jetzt viele Spiele haben, gebraucht werden. Javier Caceres, Süddeutsche. Guten Abend, Herr Rose. Mich interessiert der Perspektivwechsel. Sie haben ja jetzt anderthalb Spiele sich die Partie in Ihrer Mannschaft von oben angucken müssen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da Erkenntnisse gewinnen, die Sie vielleicht in Realzeit an der Bande nicht mitnehmen? Und welche wären das heute sozusagen? Ja, du hast eine andere Perspektive. Du siehst vielleicht ein paar Situationen klarer, besser das ganze Spiel. Aber das lernst du ja als Trainer dann am Ende auch von unten. Am Ende bin ich aber Trainer und Teil dieser Mannschaft und des Staffs. Und das bedeutet, ich sitze da oben und habe den selben Modus, wie wenn ich da unten an der Bande stehe. Ich fieber mit. Ich bin dabei. Ich versuche oder möchte gerne eingreifen. Kann ich von weiter oben natürlich nicht. Aber ich gucke als Fan sehr, sehr gerne Spiele von oben. Das gefällt mir. Als Trainer bin ich dann schon lieber eher da nach unten bei meiner Mannschaft und höre, was so die Analysten von oben dann vielleicht auch zum Besten geben. Das gefällt mir ein bisschen besser. Okay, Uli Krömer will nur was zum Besten geben. Gerne. Was hat Ihnen denn spielerisch gefehlt, auch als in der zweiten Hälfte dann die Räume da waren? Und was erwarten Sie da auch von Xavi? Ich hatte das Gefühl, der hat manchmal heute den richtigen Moment zum Abspiel verpasst, hat vielleicht zu lange den Ball gehalten. Wie sehen Sie das? Und vielleicht noch ein Wort zu Lois Openda. Das hat man ja auch schon in der Pressekonferenz vor dem Spiel besprochen. Elf Meter verschossen mit der belgischen Nationalmannschaft. Hat er, glaube ich, auch für RB schon mal einen verschossen. Wie können Sie da mit ihm arbeiten, damit die Quote besser wird? Hat er auch schon mal einen getroffen für RB, nachdem er RB 2 verschossen hatte. Ja, das ist Fußball. So ist es einfach. Ich habe es jetzt heute schon ein paar Mal gesagt. Ich bin kein Trainer, der Elfmeterschützen vorgibt. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie die Verantwortung übernimmt und trägt, den zu finden, der sich an dem Tag gut fühlt. Und von Elfmetern haben, glaube ich, schon fast alle mal von den Jungs irgendwann einen reingemacht. Es kristallisiert sich öfters mal in dem Team dann auch einer raus, der sie immer schießt. Ich glaube, bei Bayern ist relativ klar, dass der Harry dann auch antritt. Außer Thomas hat mal eine Idee mit seinen 500 Spielen im Rücken. Aber dann machen wir einfach weiter, fertig, aus. Beim nächsten Mal entscheidet das Team vielleicht anders. Es gibt keinen Vorwurf von mir. Und die zweite Frage war, das war Openda. Dann hatten wir Simmonds. Simmonds war das Thema Ballverluste. Xavi ist ein junger Spieler und Xavi hatte keine Vorbereitung oder wenig Vorbereitung. Eine Woche vor Saisonstart dazugekommen, war jetzt bei der Nationalmannschaft. Also auch da gucken wir mal, dass er jetzt dann anfängt, auch Rhythmus zu bekommen, Rhythmus aufzunehmen. Und als junger Spieler dann natürlich auch. Und deswegen hat er sich auch für Leipzig entschieden, weil er besser werden will, weil er vielleicht bessere Entscheidungen treffen möchte, weil er immer Verantwortung übernehmen will sowieso. Und natürlich hat auch Xavi noch Entwicklungspotenzial. Aber was mir bei dem Jungen gefällt und deswegen liebe ich ihn, er will, egal ob er einen Fehler macht, er will den nächsten Ball wieder haben und er probiert es wieder und er schiebt wieder an. Und er will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und dass wir dabei vielleicht noch ein paar Dinge dann auch kanalisieren müssen, das ist glaube ich bei einem jungen Spieler auch ganz normal, emotional, fußballerisch, so in vielen Bereichen. Und die letzte Frage, habe ich mir gemerkt, war zum Thema, was hätten wir besser machen können? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so viel mehr Räume gab. Nochmal, Union Berlin hat es einfach unfassbar fleißig und gut organisiert verteidigt. Und das ist dann halt immer schwer auch. Auch da haben wir jetzt schon ein paar Mal hier gesessen und darüber geredet, wie schwierig es ist, so tief spielende Gegner zu bespielen. Wir haben auch jetzt nochmal den Matchplan gehört. Es ging um Umschalten. Du musst aufpassen, dass du nicht in solche Situationen rein rennst. Du brauchst trotzdem ein gesundes Maß an tiefen Läufen. Das hatten wir zu wenig in der ersten Halbzeit, ganz klar. Wir haben Union jetzt vielleicht auch nicht zwingend ganz so tief erwartet, aber du musst dann einfach Situationen klarer, konsequenter, genauer, also das kommt alles zusammen, ausspielen. Und du brauchst aber vielleicht auch mal das eine Tor in der zehnten Minute, zwölften Minute, um das Spiel einfach zu öffnen. Das war der Plan von Union, uns das nicht zu geben. Also deswegen ist ja Fußball dann auch so schön und da, dass jeder eine Idee entwickelt und am Ende sich eine manchmal durchsetzt. Oder so wie heute, es am Ende für die Zuschauer vielleicht nicht ganz so spannend nur ein 0-0 wird. Okay, kommen wir dann zum Ende die letzten zwei Fragen. Dann gerne in der zweiten Reihe noch. Noch eine Frage an Marco Rose. Die Social-Media-Abteilung von Union Berlin hat in der ersten Halbzeit die Defensive der Berliner gelobt mit dem Vergleich, dass sie stabiler ist als jede sächsische Brücke. Was geht ihm da als Sachse durch den Kopf, auch wenn sich Union mittlerweile schon entschuldigt hat? Ich finde, damit ist alles gesagt. Sie haben sich entschuldigt. Also manchmal rutschen dir ja auch mal so ein paar Dinge raus und ich finde, wir sollten dann auch immer... Also ich habe auch schon Unsinn erzählt und da hat mal einer halt kurz nicht die beste Idee gehabt. Und wenn man sich ganz schnell danach auch dafür entschuldigt, weil er scheint es ja gemerkt zu haben, dann sollte es ja auch gut sein. Es ist zum Glück bei dem Unfall niemandem zu Schaden gekommen, das ist das Allerwichtigste. Und Union Berlin und derjenige hat sich entschuldigt und damit, finde ich, sollte das auch gut sein dann. Eine letzte Frage hier vorne, genau. Aber ich habe noch eine Frage. Wie ist jetzt die Tendenz bei Bo Svensson? Kann er Anfang der Woche wieder oder ist Hoffenheim möglicherweise wieder drin? Ja, ich gehe fest davon aus, dass er gegen Hoffenheim wieder beim Team ist. Sticky rechnet schon mit ihm in, sagen wir mal, Anfang, Mitte der Trainingswoche. Ich meine, er hat eine starke Grippe, aber wissen wir auch alle auch, dass Grippesymptome jetzt nicht wochenlang dann sich ziehen. Und deswegen erwarten wir und freuen wir uns auch, wenn er Anfang, Mitte nächster Woche wieder zu uns stößt. Tinkt einen dänischen Schnaps und dann geht's ihm wieder. Ja, gute Besserung auf jeden Fall von uns allen und ja, euch eine gute Heimreise. Vielen Dank. Und einen schönen Abend dann in den Rest. Also, ciao. Guten Sonntag. Ciao.